und hopps diesmal schaffe ichs bis zu nersey achja das hat gar nicht mit Mario zu tun, mal wusstestes schon dass Nintendo eine Handy App rausgebracht hat mit homo ja ja ich finde sie mega toll ja ich habe schon gesehen, die wurde für vielerlei böse sachen missbraucht okay ja so 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 zweideutigkeiten oder mit den pinken war so klein mal alpha geteilt durch drehen dass ich gerade in der endergebnis in dezimeter ihr werdet ein sehr kurz niveau für war überhalten wario kann doch niemals 250 millimeter sein und wie jetzt seine körperhöhe oder was also also von von boden bis das sind 25 zentimeter da ist ja mein okay wir haben hier alle sterne herzlichen glückwunsch an mich fehlt ja nicht mehr viel bis 250 nicht mehr und gehen wir mal hier rein machen was mit dem baumstand niveau kommt zurück nie wo sie ist ja ach so die blöcke ich seh da ein block ja ich habe auch nicht ach vielleicht bei bei gras und also ich fand die einen dinger sagen wirklich auch für die grasblock texturen aber die gibt's hier jetzt nicht mehr in dem level das war in dem anderen mit dem gift ding gift grotte da würde ich sogar mitgehen so diesmal schaffe ich das rollende blöcke ding weil ich ja kontrolle habe ja das liegt vielleicht aber auch an den kamera einstellungen was tut mir sehr leid dass das also ich hätte da vielleicht ein bisschen die farbe rausnehmen sollen von scarlett wurde gesagt nehmen richtig und macht den rückwärtssalto das geht schneller mit was bei wo aus wie so sind ja ich nehme nur den harten weg ich nehme immer nur den harten weg ja ja genauso wie ich das meine das habe ich nur aus meinen zuschauern gemacht meine frage ist aber wieso holz in der lava ist über der lava über das macht trotzdem keinen sinn naja vielleicht wollte jemand das beraten und essen fangen wir das holz essen bei diesem holz fällt mir ein rätsel ein ab in den vulkan ich würde auch mal also ich habe da so eine ahnung aber ich will es erstmal ausprobieren also ich bin mir immer noch nicht sicher ich gehe erst mal hier lang und hier gibt es eine luigi mütze also nehme ich die auch also vielleicht muss ich ja doch nicht in den vulkan was meinst du ich bin mir da ziemlich sicher weil ich tue nur so das ist gar nie das ist nicht röter als ein t-shirt moment übertreibt jetzt nicht ich hätte es gerne geschafft aber es war nix das wäre cool wenn ich mich einfach da so hoch hat das mache ich das nächste mal ich versuche ich habe ja noch ein leben ich gucke eine minute nicht auf den chat und schon steht da etwas mit hartem stuhlgang ach nee ich treffe nicht okay ich lasse es ich sammle erstmal münzen und ich gehe doch den anderen weg erstmal einfach weil ich bock habe hier nochmal zu failen auf der anderen seite da bin ich ja gespannt ey ey nicht schubsen nicht schubsen hier das ist böse ja das ist echt böse ich war sowas von reingelaufen reingefallen okay jetzt soll ich hier lang oh gott ist das gemein mit vario genau ich hätte die Mütze nicht sammeln sollen nehmen sie sich ein Beispiel bei Herr Hase er kann es er weiß ganz genau jemand ein braver Junge sein will ein braver Hase ein braver Junge und deswegen wird er jetzt auch ein echter Junge und nicht mehr nur eine Holzpuppe sind die Weintrauben immer noch nicht alle das sind ganz viele da ist ein Stern wir nehmen uns alle ein Machinen her Hase spy-san es klingt so als wäre ich hier so der Papa und all die anderen so die Kinder Papa Hase Papa Hase Ja genau YAHU JAHU mein Gott YAHU 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 Ich treffe! Alter! Hauptsache getroffen. Ja. Bin ich hier überhaupt richtig? Oder hab ich ein Problem jetzt? Hm, keiner. Äh, wohl, wenn jetzt meine Weintrauben gelöse, muss ich es noch mal stellen. Und ein Leben! Dann stimmst du noch mal. Ich mach ein Foto und löse es danach. Genau, löst du mal. Ich hab schon bei der Miliz und meinen Kopf zerstört. Hm. Vor allem das mit dem Aufzug, Alter. Ich hab die Lava-Sterne. Ja, das Erste gleich! Und zack, wir haben einen Stern! Von nah und fern, der deinen Namen trägt. Hm? Ach so, Mario macht... Ich hab grad nicht Lava-Lagune verstanden, sondern Lava-Lasen. Hm, lecker, Lava-Lasen hier. Ja, Alter, wie das ausschauen würde. Flammende Silbersterne, oh nein. Aua, mein Mund! Jetzt hast du gewonnen, Feuer! So, ich brauch Silbersterne. Silber, Silber, Silber! Ach, noch Flippi. Ich hab Silbersterne und ich brauch noch Münzen, ne? Ja, stimmt. Ah, das muss ich den anderen mal machen, weil... Günter. Ja, das ist Günter. Ja, genau. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich seh alle zwei Versionen. Tja, du kannst dir aussuchen, wie rot ich bin. Ha, wieder Tomate oder normal? Und ich krieg einen... Nein! Boah. Oh Gott. Egal, ich schaff das. In der Tat. Juhu, weil es den Wachstum der Haare war. Ja. Oh nein, 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 nein! Och, komm schon, ihr Hase, das war richtig schlecht. Wie hot du bist. Na. Ja, ich weiß das selber, aber trotzdem, das ist grad sehr unhilfreich. Dein armer Apropo. I. Was? Nein, äh, okay, wird. Da ist wieder der Rätsel, ich mach ganz bisschen ein Foto. Okay, äh. Beim nächsten Stream soll ich nicht wieder dabei sein. Entweder im Chat oder wieder Skype, dann werd ich dir sofort die Lösung sagen. Okay, danke. Äh, ich mein, äh, ich hab grad für ihn gesprochen. Oder so. So, ich muss noch Münzen sammeln, nicht wahr? Ja, nicht jeder Schuss kann ein Treffer sein. Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss ein Treffer. Und er trifft. So, äh, hier, 100 Münzen sollten eigentlich ganz leicht sein. Ich glaub schon, ich hab sehr viele Münzen da gesehen. Hm, mhm, mhm, in der Tat. Nehmen wir mal einen von den Ab-in-den-Vulkan-Sternen. Ja. Weil wir müssen am Ende wahrscheinlich eh in den Vulkan für die restlichen Münzen. Ja. Aber, hm, nein, Moment, da gibt's, da gibt's das Teil, das hol ich mir später. Ah. Ne, komm. Schau dich. Und du haust mir sogar einen, äh, eine Münze raus. Schön. So, dann nehm ich mir erstmal die Münzen, die hier drauf sind. Und dann die, die hier sind. Wow! Ja! Der Hase, Marco ist noch eifersüchtig. Wie jetzt? Wahrscheinlich wegen seinen Schlagbezungen. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Und Suchi beschwert sich jetzt, dass Mark mit C und ich mit K geschrieben wird. Okay. Okay, okay, okay. Das ist ja auch ein Frevel, das so zu... Also Kark. Kark, genau. Da gab es wirklich mal so ein Bild, wo jemand so ein Kaffee geordert hat mit... Also für Mark mit C. Also... Und dann wurde da Kark draufgeschrieben. Ach, das gibt's doch nicht! Oh... Das ist gemein. Also ich war einmal mein ganzes Leben in einem, äh, Starparks, ne? Das ist ja da, wo das ganze teure Getränke und so ist, ne? Ja, ja. Und du weißt ja, wie ich heiße. Ein richtig leichter Name. Und das war falsch. Wir haben es falsch geschrieben. Ja, ich könnte mir vorstellen mit Y statt IE. Ja, und mit K. Mit K. Ja. Ach so, ach so, ach, ach, du hast sogar die Langform. Ja, ja, ja. Ah. Das ist ja ein Ding. Das muss man auch erst mal schaffen. Ich denke mir einfach so, Alter, wie blöd seid ihr. Moment, ich kenne das auch gar nicht mit K. Ja, ich auch nicht. Das ist es ja. Würde die Namen geben, würde ich nicht mal so böse auf sie sein. Aber den Namen gibt's nicht mal. Das ist es ja. Der Ruh steigt mir schon bei zu Kopf. Genau wie Lidia, oder was? Mhm. Der ja nicht mal welchen hat. Genau. Wie die an, wie die aus. Ey. Ey, du. Ey, du. Ich habe extra einen Tipp mit dem Übersichtsplan, wo du Münzenbon vorgegeben hast. Äh? Was? Ja, ich frage mich auch gerade. Fühlt sich da jemand so, so, so richtig krass deswegen? Oder so? Das war Licht. Licht. Ja. Na dann. Dann war das ja klar, dass sowas kommt. Musst du sie töten, oder wie? Was? Wen? Nein, ich muss sie nicht töten, aber ich will. Stell dir vor, du bekommst das ja einfach in den Lava schubs. Und dafür eine Münze kriegen. Yeah. Und jetzt hau ich dich da weg. Boom. Shazam. Nein, am letzten Millimeter. So. Ding Dong. So, damit haben wir zwei mehr Münzen. Ja. Okay, das ist ja... Das war ja jetzt auch... Das reicht auch dafür. Also, das ist nicht am wichtigsten. Aber man merkt, dass Herr Hase sehr aktiv ist. Aber ihr seid alle wundervoll. Wunderhübsch. Ich wollte sie wieder aufschauen. Er ist ja wunderschön und megatoll. Also, bitte nicht streiten. Doch, streitet euch. Schlagt euch. Ja. Essen wir sie. Aber ich will nicht. Aber ich will nicht gegessen. Weg. Danke. 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 Kote.